Nun denn, Lesart de Harjo ist meine Leidenschaft und Kunst, die ich auch zu leben versuche. Es ist die Art, die uns verwundert schauen lässt, unsere Augen nach innen leuchten lässt. Surreale Realität, Herzansicht, Kopf erstaunt, wehrt sich, bis er endlich nicht mehr kann, ansichtig zu werden. Lesart umfasst Gemälde, Bildinstallationen, Holzinstallationen, Fotoart, nicht zuletzt meine Bildkollektion Kleinode de Harjo. Ich wünsche dir jetzt schöne Augenblicke mit meinen Bildern und der Musik von Aaron Marcel, Dieter de Harjo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020